Alex, du feierst heute am 13. April dein 25. Geburtstag. Dafür erstmal unsere herzlichsten Glückwünsche. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg haben wir am Sonntag nach überragender Leistung wieder drei Punkte einfahren können. In der letzten Saison hatten wir zu diesem Zeitpunkt ebenso viele und am Ende 55 Punkte. 13 von 18 möglichen Punkten in den letzten sechs Spielen ist ein ambitioniertes Ziel. Hältst du es dennoch für möglich? Vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Klar halte ich das für möglich. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen auch das Maximum rausholen, auch jetzt noch für die kommenden sechs Spiele. Aber wie heißt es so schön im Fußball? Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und da bringt es im Moment nichts, sich mit irgendwelchen Rechenspielchen auseinanderzusetzen. Dennoch denke ich, dass es unser Ziel sein muss oder wir auch den Anspruch haben, unter die Top 5 zu kommen. Und dafür werden wir in den letzten sechs Spielen natürlich alles für geben. Unser nächster Gegner ist der HSV, der stark abstiegsgefährdet ist. Allerdings haben die Hamburger seit vier Spielen nicht mehr verloren. Du hast ja insgesamt sieben Jahre, also von 2005 bis 2012, beim HSV gespielt. Hast du noch eine tiefe Verbindung zu dem Verein und was erwartet uns am Samstag für ein Spiel? Mich verbindet eigentlich mit dem Verein nur noch die positiven Erinnerungen von damals. Also ich hatte da eine super Zeit, habe da meine halbe Jugend verbracht, habe da auch den Sprung in den Herrenbereich geschafft und wie gesagt, das war eine intensive Zeit mit vielen Höhen und Tiefen. Ja und am Samstag freue ich mich natürlich auf das Spiel. Jetzt ist das ein Spiel wie jedes andere, weil es ja schon ein paar Jährchen her, als ich das letzte Mal da war. Und ja, wie gesagt, was erwartet uns? Es ist ein starker Gegner, die haben jetzt in der Rückrunde schon einige Punkte gesammelt, sind gut aus der Pause gekommen, haben jetzt auch, wie du gesagt hast, einen Lauf in den letzten vier Spielen ohne Niederlage. Sozusagen ist eine spielstarke Mannschaft, darauf müssen wir uns einstellen. Aber gut, schlussendlich geht's nur darum, dass wir die HW Satugin wieder auf den Platz bringen. Und wenn wir das machen, bin ich eigentlich guten Mutes, dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren.